Hi, heute will ich euch mal fünf Filme vorstellen, die in meinen Augen unbedingt jeder gesehen haben muss. Aber dazu mehr nach dem Intro, bis gleich. Feuer frei! Ja, die Winterzeit steht mal wieder vor der Tür. Und was kann man da am besten machen? Sich aufs Sofa gammeln und Filme gucken. Und dann dachte ich mir so, ich mach mal ein Video, wo ich mal vorstelle, welche fünf Filme in meinen Augen man unbedingt gesehen haben muss. Und natürlich gibt es noch viele, viele weitere Filme außer fünf Stück, die man unbedingt gesehen haben muss. Geschmäcker sind verschieden und so weiter. Das Video stellt auch kein Ranking dar, also das ist nicht von Platz 5 bis Platz 1 oder so, sondern komplett wertfrei. Und dann starten wir auch einfach mal. Als ersten Film habe ich mir Prisoners auf meine Liste geschrieben. Warum Prisoners? Prisoners hat mich persönlich besonders mitgenommen, weil ich weder ein großer Fan von Hugh Jackman war oder bin und weder ein großer Fan von Jake Gyllenhaal bin oder war und mir dann den Film halt mehr oder weniger angetan habe. Einfach mal so und ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, damals hatte ich noch Sky und dann lief der dort. Ich war direkt gefesselt irgendwie von dem Film und fand die schauspielerische Leistung von Hugh Jackman als besorgter Vater und auch von Jake Gyllenhaal als ein bisschen verraffter Polizist oder so. Fand ich sehr, sehr geil. Und auch die ganzen Nebenrollen. Ich will auch in dem Video nicht so mega viel spoilern, deswegen schau dich die Filme einfach an. Aber ich finde, die schauspielerische Leistung in dem Film ist sehr, sehr geil gemacht. Die Story ist sehr gut und halt glaubwürdig alles umgesetzt. Deswegen hat mir der Film sowieso besonders gut gefallen. Ich stehe sowieso auf dieses Psycho-Thriller-Genre und so. Prisoners hat mich von vorne bis hinten gefesselt und deswegen steht er damit auf der Liste. Seitdem einer meiner Top-Filme, Top-Lieblings-Filme, wie auch immer. Und deswegen dachte ich, den will ich euch nicht vorenthalten. Der zweite Film ist von einem meiner Lieblingsregisseure und zwar Inglourious Bustards von Quentin Tarantino. Ja, jetzt werden wieder viele sagen, oh, ein Fanboy oder so, keine Ahnung. Nein, 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 nein! Und ja, es ist auch so ein bisschen. Quentin Tarantino ist in meinen Augen wirklich einer der geilsten Regisseure. Also gerade Inglourious Bustards ist für mich ein Must-See und nicht nur, weil Christoph Waltz in der Rolle des Hans Landa einfach brillant ist, sondern auch hier sind es wieder diese genialen kleinen Nebenrollen, wie zum Beispiel die Rolle gespielt von August Diehl oder von Brad Pitt oder von Michael Fassbender und so weiter und so fort. Und der ganze Cast ist so genial irgendwie, weil man Daniel Brühl neben Michael Fassbender, neben Sack Michael Kowski hat oder keine Ahnung. Also das sind so ganz komische Charaktere mit in den Film eingearbeitet. Das ist so genial an Quentin Tarantino. Deswegen steht der Film bei mir auch mit auf der Liste. Und vor allem weiß Quentin Tarantino einfach auch geile Bilder zu erzählen. Also er hat da teilweise echt richtig, richtig schöne Shots drin. Und natürlich Quentin Tarantinos übertriebener Hang zu Härte. Das muss einfach manchmal sein. Und deswegen ist es ein Must-See, der Film. Dann kommen wir zu einem Film, der ist sehr, sehr alt, aber sehr, sehr genial in meinen Augen. Twelve Angry Men oder die Zwölf Geschworenen auf Deutsch. Schwarz-Weiß-Film, Kammer-Spiel. Er spielt nur in diesem geschworenen Zimmer, inklusive dem Badezimmer dazu und so weiter. Aber er spielt die komplette Zeit über nur in einem Raum mehr oder weniger. Sieht einen durch die Verhandlungen der Geschworenen irgendwie so mit. Und zeigt diese ganzen Abgründe oder diese ganzen Hintergrundgeschichten von den zwölf einzelnen Charakteren in diesem Raum. Ziemlich, ziemlich geil. Und warum jeder da irgendwie... Ja, wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern. Deswegen schaut euch den Film einfach an. Es ist sehr, sehr geil gemacht. Ich mag Kammer-Spiele total. Ich finde auch Gott des Gemetzels zum Beispiel super. Also ich mag Kammer-Spiele komplett. Da ist halt die Zwölf Geschworenen wirklich einer meiner All-Time-Favorites. Dann habe ich einen Film von Christopher Nolan auf die Liste gepackt. Und da habe ich mich wirklich schwer getan, weil... Ja, ich bin auch ein ziemlicher Christopher Nolan-Fanboy. Weil der Typ macht einfach keine schlechten Filme. Jeder Film von Christopher Nolan ist überragend. Prestige überragend. Inception überragend. Interstellar überragend. Dunkirk überragend. Von dem Mann kann man sich einfach jeden Film anschauen. Es ist einfach so. Es tut mir leid. Und ich habe mir aber The Dark Knight rausgesucht. Warum habe ich mir ausgerechnet The Dark Knight rausgesucht? Vielleicht, weil mich die Rolle des Jokers so geflasht hat. Ich fand Heath Ledger als Joker so überragend. Ich weiß noch damals, kleiner Funfact. Ich habe im Kino gearbeitet zu der Zeit, als der Film in die Kinos kam. Und dann lagen da überall diese Zeitschriften rum. Und während die Filme liefen und so, dann hattest du ja nichts zu tun. Und musstest dann halt da so Zeit totschlagen. Dann habe ich mir da so diese Zeitschrift durchgeguckt und ein großer Artikel über The Dark Knight. Und Heath Ledger ist ja noch vor der Premiere von Dark Knight verstorben. Dann stand natürlich überall in den ganzen Medien und Zeitschriften und so, wow, das war die Rolle seines Lebens. Und dann dachte ich mir also, ja klar, weil er jetzt tot ist, hat er nochmal die Rolle seines Lebens gespielt. Bin da immer ein bisschen kritisch an der Stelle. Und dann bin ich tatsächlich in den Film und jede Szene mit Heath Ledger ist einfach Gold wert. Er hat das wirklich so überragend gespielt. Genauso stelle ich mir den Joker auch vor. So einen psychopathischen Typ. Richtig, richtig geil. Also Hut ab. Und natürlich Christopher Nolans Regieleistungen sind wieder top, wo sich der LKW überschlägt über die Längsachse und was weiß ich. Also solche Sachen. Ha, geil, geil, geil. Schaut euch den Film unbedingt an. Falls ihr es nicht schon lange gemacht habt, ich glaube jeder hat den Film schon mal gesehen. Also, must see, must see. Und dann kommen wir schon zum fünften Film auf der Liste, zum letzten Film auf der Liste. Aber last but not least, wie man so schön sagt, die Verurteilten. Shawshank Redemption, einer der All-Time-Classics. Ein sehr, sehr geiler Film, überragender Film, schon ein geiles Buch von Stephen King. Und natürlich Frank Darabont als Regisseur hat unter anderem ja auch Green Mile oder so gemacht, der auch sehr, sehr geil ist. Aber Shawshank Redemption ist wirklich, den kann ich mir immer ansehen. Egal wann und der geht immer. Das ist auch so eine gut erzählte Geschichte mit Intrigen und was weiß ich was. Und wie es nachher aufgelöst wird und alles. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Also wirklich einer der besten Filme. Nicht nur laut meiner persönlichen Meinung, sondern laut IMDb ist der Film ja auch meines Wissens immer noch auf Platz 1. Von dem her. Auf jeden Fall, ganz klar, ein must see. Das war es auch schon mit meinen Top 5 Filmen in meinen Augen. Und jetzt interessiert mich natürlich, was sind deine 5 Filme oder dein Lieblingsfilm? Oder egal, schreib mir einfach mal in die Kommentare, was muss man unbedingt noch gesehen haben. Wie gesagt, ein Video reicht gar nicht, um alle Filme aufzuzählen, die man sehen muss. Das sind jetzt nur mal 5 aus meiner persönlichen Auswahl, die man gesehen haben muss. Schreib sie mir mal unten in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Barney haut rein. Ciao. So, jetzt erstmal Adventskalender aufmachen hier. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfilme sind, die unbedingt gesehen werden müssen. Schreibt mir mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ah, Röschte. Nur echt von Windel. Jetzt weiß ich auch, woher die Schokolade kommt. Und das ist dann auch, woher die Schokolade kommt. Vielen Dank.